Dieser internationale Preis für Forschung in Deutschland, das ist der offizielle Titel dieser Professur. Es ist der höchst dotierte Wissenschaftspreis, den die Bundesrepublik Deutschland verleiht. Wir schenken mit der Humboldt-Professur Vertrauen und maximale Freiheit. Die Freiheit, sich fünf Jahre lang ganz auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Ich glaube, dass die Preisverleihung, wie in jedem Jahr, lieber Herr Professor Schwarz, auch einen Beitrag dazu leistet, um Spitzenforschung in Deutschland zu unterstützen, indem eben hochkompetente Wissenschaftler über dieses Instrument der Humboldt-Alexander-von-Humboldt-Professur hierher gekommen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017